Hau druf! Hau druf! Die wollten mich essen und haben mich für die Lindenstraße haben sie mich links liegen gelassen. 34, oh, hat sich ja gelohnt. Sag weg damit. Hau druf! Hau druf! Immer druf! Also die 100 die das Bom-Bom hallen die habe ich schon beinahe erreicht. Es muss tatsächlich was stärkere Heilmittel geben. Und da ruf! Oder runter! Whatever! Und das! Und das! Ah, Mist, Dreck! Kaputt! Oh, Lava! Cool! Gehen wir halt hier oben lang. Wow! Aha! Du kannst mich wohl nicht kommen sehen, was? So, und erledigt! Und... Oh, weiter! Und... Kaputt! Okay, dann... in diese... Probe da rein. Okay. Ja... Und hier schnarchen schon wieder Goblins. Die sind... echt lame eigentlich. Machen ja kaum was. Ich verteile gut Schaden. Okay. 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 Ah! So! Was ist das? Es guckt komisch, als ich es gehauen habe. Und draußen ist irgendwas rausgeflossen. Cool. Ja! Ja! Ich hab mir ne Brücke gebaut. Und... Geh weg! Scheiß, Lea Maus! Nein! Ballonkette! Dreck ist benebelt! Immer noch? Ja, immer noch! Ich kann nix machen! Gar nix! Ah, jetzt hier noch! Geh weg! Geh weg! Geh doch! Okay, dann gehen wir jetzt runter. Ach, hier war die Lava vorhin noch. Okay... Und da hat man schon wieder irgendeinen... Goblin-Grummeln. Ah! Wow! Ja, genau. Hau sie beide. Immer beide drauf. Immer auf beide drauf. Ey! Lass es sein! So! Oh, was ist... Schon wieder so ein... Komisches Viech! Komisches Viech! Ha! Dreck besiegt! Hat sich gar nicht teilen können! Cool! Wollte die grad weglaufen? Yeah! Heilkräuter! Jawoll! Cool! Die haben ja auch gefehlt! Die hab ich ja schon benutzt! Ein paar Mal! Oh, ne Kiste! Die, die bewachen! Mal gucken, was da drin ist! Wenn die schon bewacht wird, dann muss da ja was... Muss da ja was kostbares drin sein! Ha! Hau drauf! Hau drauf! Hau drauf! Yeah! Schüttel, schüttel, schüttel! Und, was ist drin? Es ist... Wundertau gefunden! Was ist ein Wundertau? Okay... Keine Ahnung, was ein Wundertau ist! Nein! Ich hab wieder so einen komischen... Ekel... Ekelschleim und er hat sich gedreilt halt! Ach, Mann! Boah! Und jetzt wurde ich auch noch vergiftet! Aua! Ja, da... Die Kiste... Die Kiste läuft weg von mir! Wieso läuft die Kiste weg von mir? Ach, die hat keine Lust mehr durchgeschüttelt und auf den Boden geschlagen zu werden! Komm her! Jawoll! Nächster! Ist trotzdem geschüttelt und auf den Boden! Was? Kur... Kurathorn? Was? Dreck ist ergiftet! Ah! Einmal Hallerkräuter für mich! Und... Was haben wir hier drin? Zeitbomber! Auuuutsch! Und da... Streichen die auch schon wieder! Rinderpilz hier eigentlich noch aufhauen? Ne, schauen wir nicht! Komm her, wurde erledigt! Jawoll! Okay... Kannst auch gerne einen Schlag abhaben! Nein! Ne, ne, ne! Ich hab wieder die Ballonkette! Au! Ich drück alles! Aaaaah! Lass mich gefrieden! Na, geht doch! Hört auf mal mit eurer Ballonkette! Ist ja widerlich! Haut auf! Haut auf! Dreck erreicht Level 7! Jawoll! Aua! Und... Und... Nochmal! Und nochmal! Und nochmal! Und es ist einer übrig geblieben! Verdammt! Oh man! Er teilt sie wieder! Was ist das für ein ekliger Wabbelschleim, der sich am laufendemeter teilt! Aua! Jetzt bin ich vergiftet! Ist egal! Ich hab genug! Irgendwann bin ich nicht mehr vergiftet! So! Und... Wehe, du teilst dich nochmal! Nein! Dann bin ich schon wieder vergiftet! Gibt's keine Methode, die schneller zu erledigen? Oh manno! Ich bin schon wieder getrallt halt! Es bringt sowieso nix! So, weg hier! Da war auch... Zack! 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 Den hauen wir aber! Den hauen wir ordentlich, Alter! So! Geh kaputt! Und noch so'n Goblet! Und noch so'n Ekelschleim! Und noch so'n Ekelschleim! Und noch so'n Ekelschleim! Und noch so'n Ekelschleim! Nein! Und noch so'n Ekelschleim! Das ist da ein Ekelschleim! Und noch so'n Ekelschleim! Nein, 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 nein. Geht weg. Hilfe. Geht weg. Mach lieber die Kiste auf. Und die Dornen und, ja, vergiftet und, ah, Gott sei Dank, vernichtet. Ich sollte so langsam mal ein Bonbon nehmen. Ja, ich bin zwar noch vergiftet, aber nicht mehr lang. So. Okay, da ist das Sackgast, das sieht man eindeutig, da ist das so hoch, okay. Nehmen wir hier hoch. Und da ist wieder so ein komischer Knochenschalter. Ei. Ey, du hast das Ding ja runterfallen lassen. Das ist aber nicht nett. Hä? Wieso habe ich keine Waffen mehr und wieso ist das jetzt auch, haben wir hier eine andere Musik? Okay. Hallo. Hey, wer bist du denn? Du kommst von der Oberwelt, stimmt's? Wir haben hier noch jemanden von oben. Ein Koboldmädchen, das bei uns im Theater auftritt. Cool. Hi. Hörst du das auch? Klingt als grabe sich jemand von unten hier durch. Okay. Hi. Willkommen im Zwergendorf. Ah, das Zwergendorf. Ja, da werde ich jetzt alleine so nicht drauf bekommen. Hi. Hörst du das auch? Klingt als grabe sich jemand von unten hoch. Nein, ich hör da nix. Hm, was haben wir hier? Einkaufen und das komische an... Was komisches anderes. Hi. Was geht ab? Wie kann ich helfen? Kaufen. Bonbon. Ja. Jetzt langsamer. Okay, also hab ich noch. Da hab ich ja, da hab ich ja. Die hat das mitgenommen, ne? Kann das sein. Ach, die Olle. Cool. Willst du mir das helfen? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall teurer als meine jetzige. Einmal mitnehmen. Schadet ja nicht. Keine Ahnung. Neuer Helm. Cool. Na ja, damit. Und jetzt... Naja, ich kauf einfach mal... Ein, zwei Leben Wasser. So. Oder... Ach komm, ich kaufe mal ein drittes. Okay. Noch etwas? Verkaufen. Kann man sich die Dinger angucken, während man's verkauft? Nee, okay. Noch etwas? Nein. Auf Wiedersehen. Dann guck ich mal. Da, da, da. Wo ist die Kleidung? Da ist die Kleidung. Auf jeden Fall schon mal besser als mein Helm. Das kann ich nicht anziehen. Sie hat auch die Sachen schön hier gelassen. Das find ich gut. Ja, das kann ich auch anziehen. Hey, im Übrigen hat sie auch ihre Waffe hier gelassen. Also sie ist sogar ohne Waffe losgegangen. Oh, nicht schlecht. Okay, ich möchte was verkaufen. Verkaufen. Da ich gleich ja noch ein Gast kriege, kann der das dann alles anziehen. Okay. Kampfhundzug. Nee, das war die Captain-Beste, die ich... Äh... Nein, überholt dich. Vielleicht kann der kleine Kurbel das dann auch... Nein, ich möchte nichts mehr. Auf Wiedersehen. Okay. Cool, was ist hier? Okay. Cool, hier ist auch was. Willkommen im Zwergendorf. Warst du schon in unserem Theater? Die nächste Vorstellung beginnt in wenigen Minuten. Sie ist ja... Okay. Cool. Äh, ich kann mich nicht bewegen. Zwerg, treten Sie ein. Das weltberühmte Zwergtheater heißt Sie willkommen. Gleich geht's los. Der Eintritt kostet 50 GM. Was? Okay. Ausfahrtsweiß nochmal. Ruhe bitte. Ich sag doch nix. Meine Damen und Herren, sehen und staunen Sie. Ein gelber Pogopuschel. Oh, wow. Zehn gestandene Männer haben viel Mühe gehabt, diese Bestie einzufangen. Das ist ein Pogopuschel. Er kann sogar Pogo tanzen. Okay, das ist cool. Yeah. Und jetzt etwas fürs Herz. Die traurige Koboldin. Viel Spaß beim Mitweinen. Oh. Ich bin ja so traurig. Es ist eine Tragödie. Das kleine Koboldmädchen hat eine seltene Krankheit. Ich bin ja so traurig. Bis zum Zeitpunkt. Wir laufen mit Astrukturaturaturatur. 導ifata essentially. aus der Tat.